Nathan, willst du erleuchtet werden? Ich habe eine Wundermittel. 20 Kilo Hammer, Gurwe. Das holt dich aus deiner traumatisierten Welt heraus. Besinnt dich direkt. Alle Lebensfunktionen werden auf 100 Prozent sein. Die Wahrnehmung steigert sich direkt um, Gurwe. Du bist bei 20, 80 Prozent direkt, Gurwe. Du willst auf 100 sein direkt. Du willst leben, du willst nicht mehr, Gurwe, sterben. Du willst nichts mehr, nichts mehr. Du willst nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Danach dir geht es gut für ein paar Wochen. Beim Bedarf kann ich das wiederholen, immer wieder. Therapiestunde kostet 100 Euro, Gurwe. Investier lieber in das, anstatt in Zigaretten und Dings, Gurwe. Du vergisst Zigaretten, du vergisst Gras, du vergisst zu essen, zu scheißen, zu pissen, Gurwe, zu trinken, Gurwe. Du wirst lebensfroh sein, Gurwe, überhaupt irgendwas, nichts mehr, Dings, irgendwas zu bewerkstelligen, Gurwe. Glaub mir, diese Therapiemethode kostet nur 100 Euro. Und für den ganzen restlichen Monat brauchst du nichts mehr anderes, Gurwe. Sparst du Geld, also, Gurwe, investier da rein. Komm vorbei, ich bring dich nach Hause, falls du nicht mehr nach Hause treffen wirst oder sowas. Oder nicht mehr weißt, wo dein Zuhause ist. Ich bring dich nach Hause. Aber bring 100 Euro mit. Nachhinein kannst du nicht bezahlen. Im Vorkasse, Gurwe. Und wenn es schief geht, naja, und du dabei sterben tust, ja, das sind Nebenwirkungen, Gurwe. Ja, ich kann auch vor Ort kommen, vor Ort. Ich mache auch Therapiestunden für 150 zu Hause bei Betroffenen in Korea. Also kannst du entscheiden, so gesehen. Dann brauchst du keine Umwege, kein Dings, kein Ticketgeld und so weiter. 150 kostet das. Ja, ich kann auch, so gesehen, die Wahrnehmungsfunktionen steigern, indem ich 50 Kilo Hammer nehme. Das erhöht die Wahrnehmung um noch irgendwie 50 Prozent oder sowas. Ja, aber das kostet wieder 200 Euro insgesamt, so gesehen. Aber dann wirst du zufriedener, zufriedener, gedämpfter, zufriedener, wahrnehmungserfreuter, wahrnehmungsbewusster. Danach willst du nur noch leben, Gurwe. Du hast keinen anderen Wunsch mehr nach nichts, sondern nur noch zu sich zu kommen, Gurwe. Du verspürst den Sinn des Lebens, Gurwe. Ich habe auch, außer Hammer, ich habe auch naturgetreue Therapieangebote. Nicht mit Hammer, sondern mit Stein, mit Stein. Je nach Größe und so weiter, kannst du aussuchen. Ich habe mehrere Steine zur Verfügung, mit denen ich dich behandeln kann. Du kannst dir den Stein selber aussuchen, mit dem du behandeln werden möchtest und so weiter. Weil du bist ein naturgetreuer Mensch. Du isst kein Fleisch, du bist eher so biologisch und so weiter. So Bio-Freak, also mit Steinen, das ist naturgetreuer. Das ist biologische Behandlung, so gesehen. Das ist grimpy, grimpy-freundlich. Das ist zurück zum Ursprung, bringe ich dich, Gurwe.